In der Corona-Krise wurden meiner Meinung nach Verbrechen begangen, teilweise gegen die Menschlichkeit. Und die Verursacher dieser Verbrechen müssen vor Gericht gestellt werden. Ich bin ein Gegner von dieser Elite, deshalb stehe ich, wo ich stehe, gehe die Wege, die ich gehe, mache Mucke so wie diese, denn ich bin ein Gegner von dieser Elite. Es kommt zu ertragen, hier wurde alles verraten, wofür die Menschen mal standen, besonders hier in dem Lande. Es war mal Denker und Dichter, jetzt sind es schweigende Ratten, haben die Seelen beerdigt und tragen freiwillig Masken, schieben sich giftige Stäbchen in ihre Nasen und warten, ob sie danach noch vor die Tür dürfen. Man kann es nicht fassen, was für Corona, ihr Affen, ihr habt die Pest in den Herzen, redet von Ängsten und Verboten, was sind das denn für Werte, wie solidarisch ihr seid? Hab ich gesehen in diesen Altenheimen, gesehen in diesen Krankenhäusern und den Schulen, ich hab's gesehen bei all den Opfern dieser Spritze, die haben euch vertraut. Und auf uns hättet ihr geschossen, hätte man's euch erlaubt, schweigende Lämmer und jetzt jagen sie die Tsußer, der Start voller Schlangen wie die Haare vom Medusa. Ich halte meine Fresse, nicht egal was ihr versucht habt, wenn es sein muss, fahr ich wieder U-Bahn, ich scheiß da drauf. Chaos und Ängste, das sind ihre Ziele, deshalb produzieren sie Krisengebiete, mit ihrem System bin ich nicht kompatibel, ich bin ein Gegner von dieser Elite. Deshalb steh ich, wo ich steh, geh die Wege, die ich geh, mache Mucke so wie diese, denn ich bin ein Gegner von dieser Elite. Ist an der Zeit konkreter zu werden, was Faktenchecker niederschreiben, Zeug von reger Recherche, Ehre und Stolz scheinen heute längst vergessene Werte der Mensch und dessen nach Gehabe, sie verpesten die Erde. Ich mache Mucke gegen Lobbys, meine Worte schießen scharf, euer Appetit nach Krieg ist nicht normal. Geplante Diktatur wie in China in Bayern, bist du Löwe oder bleibst du lieber scharf? Nein, ich krieche nicht zu Kreuze, nicht für die Regierung, nicht mehr für diese Leute, weiß was das für mich bedeutet, aber werde mich nie wegducken. Ihr lasst das alles mit euch machen, so wie Sexpuppen, vom BND gefakte Rechte, troll den Chatgruppen, der Gutmensch macht aufs Lehrer, doch ich lass mir nicht ins Heft kommen. Hier mein Fuck you an die Politkaste, der Mensch ist euch egal, es geht euch nur noch um Profit machen. Chaos und Ängste, das sind ihre Ziele, deshalb produzieren sie Krisengebiete, mit ihrem System bin ich nicht kompatibel. Ich bin ein Gegner von dieser Elite, deshalb steh ich wo ich steh, geh die Wege die ich geh, mache Mucke so wie diese, denn ich bin ein Gegner von dieser Elite.